liebe homöopathie freunde ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem kanal und möchte euch heute das homöopathische arzneimittel platinum metallikum vorstellen dieses mittel ist ein sehr spezielles mittel ein sehr besonderes mittel es ist sehr schwer erkennbar für den therapeuten und insofern empfehle ich diesen vortrag natürlich auch in erster linie homöopathen die sich etwas schwer tun mit diesem arzneimittel natürlich ist es auch für menschen die keinerlei therapeut oder ausbilder oder ähnliches sind eine bereicherung ja wofür steht dieses mittel wenn ihr es googelt wenn ihr in der materia medica nachschaut findet ihr fast ausschließlich negativsymptome wie nymphomanie hochmutgrößenwahn und so weiter das stimmt auch alles allerdings gibt es natürlich auch die abgebilderte form und wenn platin geheilt ist es einfach wunderschön und unglaublich wahrnehmungsfähig und ist somit auch sehr dem phosphorus ähnlich und verwechselbar genau wie auch noch vielleicht anderen mittel es ist ein großes frauenmittel was aber nicht bedeutet dass es auch männer benötigen könnten platin metallikum ist so speziell und so etwas besonderes nicht nur für den therapeuten sondern auch für denjenigen der es braucht zum beispiel fällt darunter auch der größte seelenschmerz den man so aushalten muss da ist platin weltmeister drin es ist das mittel was meiner ansicht nach den größten schmerz aushalten kann es ist unglaublich zerbrechlich innerlich aber vermittelt nach außen hin eine gewisse arroganz ja warum solltet ihr euch jetzt noch anhören aus welchen gründen da sind zum beispiel die gurus die auf andere herunterschauen und meint sie sind schon so erleuchtet und alle anderen sind kleiner und dümmer als sie also insofern ein wichtiges mittel für viele kollegen auch wenn ich mich jetzt unbedingt machen es ist ein mittel für menschen die bewusst oder unbewusst sich der schwarzen magie ausgesetzt haben oder unter folgen der schwarzen magie leiden das ist eines der wichtigsten mittel zusammen mit duja und lacheses ja und wer sich davon angesprochen fühlt kann den kompletten vortrag in meinem shop erwerben der vortrag ist neu aufgelegt hat sich aber in seinen inhalten nicht verändert außer dass die hörprobe neu angelegt wurde und die betitelung eine neue ist sowie die bebilderung sich geändert hat ansonsten wer sich diesen vortrag schon einmal gekauft hat auch ihn auch nicht nochmal zu kaufen es hat sich nicht nichts grundlegendes vom inhalt her geändert wichtig ist mir nochmal darauf hinzuweisen dass es sich hier immer nur um eine hörprobe handelt die ihr hier auf youtube anhören könnt der ganze vortrag ist wie bereits erwähnt in meinem shop erhältlich sollte ihnen oder sollte dir meine ankündigung oder auch mein vortrag gefallen freue ich mich über einen daumen hoch über neue abonnenten und eventuell auch kommentare bis dahin eure angelika lex euch das ist Vielen Dank.